...deinen Zungekuss geben, Sir. Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie... ...beobachten sollen und sonst nichts? Wenn Sie Schäden auf der Helios Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Äh... ...verteilen Sie... ...ausgerechnet jetzt den... ...Connection-Lost bei mir. Hm... ...Arschloch. Was? Ja, ich, äh... ...hab Sie Arschloch genannt, weil ich dachte, Sie hätten aufgelegt... ...Malfi... ...deine Aufnahmen, Loks. Sicher. Vielleicht. Schon... Ich konnte es eigentlich so beitreten? Nee, musste ich einladen, ne? Oder? Zum Spiel einladen. Ja, musst du auch. Äh... Äh... Ja, lad doch mal schneller. Spähbereich. Na, da bin ich jetzt. Ja, da kann ich ja hier looten, hier schon wieder. Schön, ich hab das Video gar nicht gesehen mehr. Na, da kam noch so so ein Viechchen. Ja, bis dahin, und dann war das weg, wenn der mal bei mir. Ja, der hat das kurz geleckt bei mir, und dann warst du weg. Ich hab ne kacke sowas, echt. Ja. Ja. Oh nein, ich hab's bis Tüllchen bekommen. Hast du. Dreckiger Looter. Hä, die hatte ich aber vorher schon. Ja. Nur ein bisschen Mutti auf. Medikenzale. Da ist Elpis. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felz trocken und blockiert all das coole Sicherheitszeug hier oben. Boah, wie geil. Auwe, alter. Fluch, da Mist. Hey, wieso krass dir uns alle, ihr voll idiom. Ich will diese Station, und ich will das Universum retten. Was soll das bedeuten? weg. Da kommt noch das Ding einfach mal abgeknallt. Ja, hab ich gesehen. Ja, komm schon. ja so ihre lange noch einer ich gehöre mich um die lenden ja mama also ich krieg den jetzt meine freunde munition das nicht mehr diese typischen klassen sirene genommen ich kenne dich das denn laserzelle natürlich laberstore noch dabei da hinten was so ich dachte hier auf diesen feigen f lauter kommt noch mehr und jetzt geht eine runde fliegen oder so weiß ich kann man das neue aufladen die freischalten jetzt die erste fähigkeit konnte man die noch mal aktivieren tötete blanke alter noch feuer und feier ja einfach dem auch voll auf der fresse ballern das ist eigentlich gute schild sind das alter brenn mich doch nicht immer an alter will der mich verarschen ich bin leer ich brauche munition so der powersuit auch nicht mehr für munition deswegen sammle ich ganz schon ganz kopfkills ab das nackl oh da kommen immer mehr ab ja kommen auch granate werfe gehen ja alter ich muss auch garzeit im spiel sprechen ja aber keine munition mehr nein ist gleich tot ich freue mich was was regt ja hat er da ist läuft und unsere geschichte fing einfach so an dass wir aus einem bus stehen was kommt guck mal jetzt guck mich mal an nicht schießen in meinen nahtkampf gehen geil ist das denn ja da hat so eine fähigkeiten mehrere schon zu der überraschungsfähigkeit wir müssen bestimmt gleich die gegner abhalten da kommt etwas oder auch nicht wir müssen hier drauf ja ich bin drin willkommen auch nach oben ich will rausspringen nein danke dass du mich weggeschubst hast ich hab's gerne leute weg du machst das schon was gibt es denn jetzt helfer klein brennt so fein ne wie geil